Diesen Schere kennen wir, der gibt garantiert Freistoß. Das weiß man doch, das weiß man doch, dass der gute Freistoße schießt. Jetzt kommt die Aufzeichnung dieses Treffers. Und dann merkt man natürlich, dass der gute Mann bei den Freistoßern eine Extraeinheit eingelegt hat. Unglaublich. Besonders natürlich noch in der Wiederholung. Für solche Momente, da lieben wir den Fußball. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an.